Oh. Jetzt hat's doch gestartet. Und damit hallo Leute, herzlich willkommen zurück, Unturned. Freddy hat keine Augen mehr. Hat sie irgendwie verloren oder so. Kirschi, Baum fällen jetzt. Und ich nehm auch nicht auf, weil die wollten einfach aufnehmen wie sie Baum fällen saß. Ja, dann harveste du bitte so lange das Feld ab, weil... Mö, möchte ich nicht was anderes zu tun. Das ist dein Job. Was willst du machen? Googlen. Achso, okay. Du willst googlen ob man eine Handsaw bauen kann oder was? Ja, ich wollte allgemein googlen ein bisschen. Achso. Okay. Achja, wir haben grad ein bisschen ohne Aufnahme gezockt. Und zwar... Hab ich einmal einen größeren Rucksack gekriegt von Freddy, den er gefunden hatte in der Militärbasis. Kirschi ist dazwischendurch gestorben. Wir haben seine Sachen zurückgeobert. Dann... Ja, ich sammle die ganze Scheiße auf. Lass einfach alles liegen. Okay. Ich sollte dabei meine Waffe außer Hand legen. Wenn die Seite dann noch laden würde, das wär super. Äh, was haben wir noch gemacht? Freddy war ein bisschen unterwegs und hat eine Handsaw gesucht. Ja. Keine gefunden. Aber ansonsten ist eigentlich nichts passiert. Und ich hab äh, fünf Tiere getötet. Die sind einfach über den Weg gelaufen und da hab ich sie einfach nie aufgeschossen. Ich hab noch ne neue Waffe gefunden. Die äh... Die wir noch nicht kannten. Einen Dragunov-Verschnitt. Und... Ja... Wir haben immer noch das Problem, dass wir keine Handswache haben. Mich auch. Ich has Kekse nebenbei. Ich hab Lassagne. Lassagne, ja genau. Man kann... Die ist heute inzwischen ein bisschen todeskalt. Magst du gerade das an ihr nicht? Hä? Nein, der ist richtig widerlich, ey. Nee, es geht schon, es geht schon. Mir schmeckt's. Ich hasse es schon, wenn die kühl ist. Also wenn nicht mehr heiße. Dann erfasst die auch schon nicht mehr an. Schleckst du den Baum einfach? Kannst du jetzt bitte den Baum fällen? Oh, ich hab dich geschlagen, der Baum vier. Ja? Wo hast du das NATO-Magazin hingepackt? Ähm, zu den anderen Magazinen. Wir haben irgendwie zehn Stellen, wo Magazine liegen. Ja, ich hab's zu den Military Bullets gepackt. Ja, du hast einen NATO-Tracer und keine normalen NATO-Tracer. Muss ich zum Willen nicht. Was ist ein Tracer? Tracers, die so einen Leuchtspiel unter sich ziehen. Geil! Erotisch. Ist doch voll geil. Mhm. Und das ist ja mir egal bei Zombies. Oh mein Gott, ey. Was denn? Die haben endlich mal auf der Seite die Crafting-Rezepte besser dargestellt in einer Tabelle. Ja, das ist schön, oder? Das macht mich richtig glücklich. Mhm, ich auch. Gut. Boah, wir brauchen so dringend eine Handsaw, ne? Also wir fällen einfach alle Bäume auf der ganzen Map. Ja? Ja. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder warten, dass meine Energy da ist. Und du respawnen sobald... Ähm... Wieso brauchst du Energy dafür? Weil die... Den starken Schlag... Mach's mit Linksklick, man! Dann kannst du doppelt so schnell schlagen! Mhm. Ich brauche auch fünfmal zu lang. Nein. Und du brauchst keine Energie aufladen, also lohnt sich das. Boah. Okay, ein Rope plus ein Cloth ergibt ein Fertilizer. Okay. Ich crafte mal ein bisschen. Wie viel Wooden Support brauchen wir? Alles, okay. Viele. Wooden Support zu Wooden Cross. Ich hab's genug Wooden Cross für einen... Ich verhung... Ich verdurste! Scheiße! Oh Gott! Scheiße! Hast du keine Dings mit? Kein Team? Doch! Die ist leer! Scheiße! Da, Wasser! Los! Los! Lauf! Scheiße! 24! 23! 22! 21! 21! 21! 19! 18! Ich schaff's! Okay, Wasser kann übrigens Löcher kriegen! Boah, fuck! Fast gestorben einfach! Erstmal so die Profis, die in Survival spielen, nicht auf ihre Survival-Dings achten! Mhm! Alter, fuck, Alter! Ich zum Beispiel! Ich kann das auch überhaupt nicht! Ich mein, wenn ich irgendwas... Wenn ich jetzt, äh, irgendwie dabei arbeite, dann achte ich einfach nicht da drauf! Dann crafte ich nun mal gerade! Dann interessiert mich das überhaupt nicht! Dann geh ich so davon aus... Oh, meine Kraft! Oh, ja, ho, ja, hm! Oh, Schleck, hm! Ja, sammel schön viel Scheiße! Oh, ja, ho! Im Minecraft verhungerst du auch! Ja, aber nicht so schnell! Doch, eigentlich so! Und vor allem kriegst du dann wenigstens so'n... So'n, so'n... Angezeigt, dass du stirbst! Ich sag jetzt mal, bam! Bam! Hier wird einfach nur langsam dein Bildschirm grau! Ja! Du verdurstest einfach innerhalb von ein paar Sekunden! Ich muss übrigens dann wahrscheinlich nach dem Fahrt erst mal mein Auto in die Tiefgarage fahren, ne? Warum? Hier ist Hagel angesagt! Was? Und? Und das Auto ist noch nicht versichert! Noch gar nicht! Es ist ja noch nicht mal umgemeldet! Und das wäre dann doof, wenn genau in der Zeit, in der ich keine Versicherung habe, äh, ich einen Hagelschaden kriege beim Fokus! Ne, das wäre cool! Ja, definitiv! Hagelschaden wird auch nicht von der... Hagelschaden wird auch nicht von der Versicherung abgedeckt! Ich glaub' bei Teilkasko schon! Warte, man braucht drei Wooden Crosses für, ähm... Gott ist das teuer! Also wir haben noch einen Wooden Support und, äh, einen Wooden Frame! Ja, ich habe jetzt zwei Kisten gemacht! Hab mein Material genau aufgebracht, ich brauche Antibiotika! So, ich glaub das haben wir genug Bäume, oder? Ja, ich brauche Antibiotika! Helf mir mal die ganze Scheiße aufzusammeln! Hast du dein Inventar wenigstens halbwegs leer? Ja! Dann sammle die ganzen Scheiße mit mir auf! Ja, ich komme! Bin schon dabei! Komm bitte nicht in mein Gesicht! Ich kann keine Hose craften! Was ekelhaft ist, wieso kannst du keine Hose craften? Was willst du für eine Hose craften? Nur eine Tierhose, ich kann gar nichts mehr craften! Mich ein bisschen behindert! Wahrscheinlich! Ja, gut möglich! Ich kann nichts mehr craften! Okay! Müssen wir noch was essen! Haben wir Antibiotika oder sowas da? Hm, ich glaube ich hatte welche! Bräuchte ich mal, ich habe 16 Leben! Hm! Nicht leid gerade auf, ich muss unbedingt zum Wasser! Und dann? Trinken! Habt ihr jetzt erst auf die ganzen Bäume hier hinten gefällt? Ja! Das sieht so mega scheiße aus hier, anstatt dass hier mal da oben auf dem Berg was fällt! Du wolltest es nicht machen, also habe ich es gemacht, ich habe es gemacht wie ich es wollte! Ja! Ich aber auch so! Ich wollte es schon machen, nur ich wollte es jetzt nicht jetzt machen und auch nicht jetzt in der Aufnahme! Also... Ja, dementsprechend ist halt jetzt so aufgelaufen! Was braucht man jetzt für Kisten, Freddy? Crosses und Frames! Nein, für Kisten! Nein, für Kisten! Nicht für... Dingens! Für richtige Kisten! Kostet Level 2 und ich glaube 3 Kisten! Skills! Level 2 kostet 100! Also ist mein nächstes Ziel, ein bisschen jagen zu gehen, gut! Ich... äh... Place hier aber erstmal nochmal zweimal Kisten! Wir sind jetzt einfach schon mal dreimal so weit wie vorher! Voll geil! Geht da hin! Nee, wir waren eigentlich schon genauso weit, wir hatten nur die Lust um was zu fahren! Ich will jetzt mal kurz gucken, wie man Kisten kaputt machen kann! Und? Kirschi, du hast noch eine Axt, ne? Ja! Das musst du auch mal ausprobieren! Welche Kisten? Äh, die... Die Küste hier! Okay, sie geht kaputt, aber sie ist dann verloren! Oh! Das ist jetzt doof! Hm... Habe ich dir auch gesagt, dass man Sachen nicht abbauen kann? Ja, du hast nur gesagt, dass man sie nicht abbauen kann! Nicht, dass sie kaputt gehen, wenn man es versucht! Ja, dass sie dann noch kaputt gehen! Das hast du nicht gesagt! Klar! Hab ich's dir nicht mitgekriegt! Eshi, du hast gar nicht zugehalten! Gut, wir haben das Problem, wir haben keine Handsome! Ist mir egal! Ähm... Ich muss mich aber de-equippen! Wo packen wir jetzt das ganze Holz hin? Wissen nicht! Beste in der Kiste, ne? Also ich hab schon ne Kiste mit Locks! Okay! Die such ich jetzt! Hier ganz rechts! Ganz rechts da! Und in dem Moment doch Locks hab ich da auch drin, stimmt! Ja, jetzt sind da mehr Locks drin! Wieso kann ich das nicht craften? Mhm! Kannst du irgendwas craften überhaupt? Ja, ich konnte rechts craften! Ja, okay! Ich hab jetzt ein verbacktes Robben im Winter! Super! Was wolltest du denn craften? Ich wollte ne Animal Hose machen, oder ich wollte noch ein Fertilizer oder wie heißt er jetzt craften! Jetzt hab ich ein verbacktes Robben im Winter! Äh... Was ist denn Splint? Äh... Beinschiene! Oh! Ja! Ähm... Gut! Wir gehen jetzt mal... Ich geh jetzt mal auf Zombies Jagd! Ich weiß nicht, ob einer von euch mitkommen will! Chris ist auch weg! Ich nehm das beschissene Auto! Kommenta! Mit rein! Gut! Weil ich wollt grad sagen, wir nehmen nicht zwei verschiedene Autos für Zombiejagd! Das lohnt sich nicht! Ja, das wär so! Hm... Lohnt sich vom Sprit her schon nicht! Ja eben! Lass aber mich die meisten Zombies töten, weil ich kann dann gleich Craftsman 2 skillen! Mhm! Hast du eigentlich einen Timer laufen? Ja! Zehn Minuten noch! Okay! Gut! Gott, mein anderer Bildschirm wird grad heller! Ich hab grad Angst gekriegt! In welche Richtung seid ihr gefahren? Na rechts! Wieso? Ich fahr danach längst mal! Okay! Wenn ich mein Inventar mal leer bekomme, weil ich hier so viel Scheiße hab! Ich bin richtig sauer! Wir müssen nur ne richtige Stadt finden! Ja, hier gibt's auch schon ein paar! Ich töte alles auf meinem Weg! Loot! 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 Ja, du sollst Loot! Ich töte Zombies, okay? Mhm! Wooden Spike Trap! Eine Wooden Spike Trap hab ich noch nicht gesehen! Ich schon! Ja, hier liegt noch ein Colt! Ich nehm den Colt mit! Ich nehm einfach alles mit, weil ich mit allem töten kann! Das ist geil! Der Colt sieht übrigens fast genauso aus wie die Beretta! Gott, wie schnell dieses Auto einfach umdreht, ey! Mhm! Voll auch oben! Mano! Nö! Gerade! Skype bei mir gerade so! Der Fisch ist online! Ach! Mensch! Was lag da gerade? Ich hab Painkeller gefunden! Da lag gerade irgendwas! Klingt rotes überfahrenes Kätzchen oder so! Hier liegen Vitamine! Oh! Mitten auf der Straße! Einfach Vitamine! Suddenly Vitamine! Wort! Meine Zombies, ne? Äh, hier liegt übrigens ein Sledgehammer! Brauchen wir den? Nein, haben wir einen! Okay! Die Stadt sieht so unbewohnt aus! Na schon, ne? Ein Zombie! Ja, 22 mit 10 Shotgun! Noch ein Auto! Hier ist schon wieder Schüsse! Hier ist ein... Ja, super! Die Waffe hat einen Schuss! Oh, hat er viel gebracht! Mhm! Ah, meine Barrette hat noch elf! Ich hab's für Holz schon gefunden! Wir haben ein pinkes Shirt! Sag mal Bescheid, wenn du Waffen findest! Ja! Achst du! Und plötzlich bist du da! Ich bin auch schon wieder weg! Hier ist übrigens ein Pocket Knife! Ja, geil! Ähm... Antibiotika... Hier ist ne... Äh... Fire-X! Brauchen wir nicht! Brauchst du nicht? Nee! Ich will eigentlich mal wieder ne Kettensäge finden! Das wär chillig! Ist das Moldi? Das ist Moldi! Ja! Läuft! Ja! Ich würd' sagen, wir haben jetzt noch einen! Hier sind keine Zombies! Ja! Irgendwie nicht, ne? Ja, ich hab auch schon ein paar getötet, ne? Gut, wir fahren mal weiter! Du hast alle getötet, einfach! Ja, die respawn nicht so krass, wie du denkst! Du kannst zum Flughafen gehen, da müssen noch viele sein eigentlich! Stimmt! Da waren wir auch noch nie! Doch, ich war da ein Mal und hab ein paar getötet! Ja, aber nicht in der Aufnahme! Die Outfit ist übrigens ne Enfield! Wie weit komm ich mit dem 22% Tank? Relativ weit! Oh, du musst den gleich! Okay! Hoffentlich hast du den Benzinkarnister mit dabei, für in Fall der Fälle! Ja! Du kannst uns dann einfach wieder umsteigen! Naja, aber wär schon schön, wenn wir noch ein weiteres Auto hätten! Wär ganz cool, jo! Meins fährt in etwa so schnell wie deins! Es ist das Gleiche! Oh! Ja, das erklärt, warum wir gleich schnell fahren! Oh, Heider ist tot! Gut, und wenn der Part vorbei ist, dann werde ich trotzdem noch ein bisschen weiter skillen! Das habt ihr dann halt verpasst! Das tut mir nicht wirklich leid! Weil ich sterbe eh nicht! Ich bin ja noch der Einzige, der in einem siebten Part noch nicht gestorben ist! Für mich der sechste Part! Warst du schon im Zeltlager, Freddy? Nee! Okay, dann gucken wir mal hier nach Zombies! Ich seh auch schon welche! Hier war ich mal! Aua! Ich hab einfach mal zwei getötet, während du fünf getötet, vier getötet hast! Ich hab doch einen Dixi-Head! Ich hab doch einen Dixi-Head! Hier rum, eine Scheiß-Hose! Ein... Borsche-Hunger-Clip! Meiner! Eine Can! Eine Can! Eine Can ist nicht wertvoll! Oh! Eine Can ist jetzt nicht wertvoll! Aber man kann da draußen eine Kantine machen! Ja, wir haben... Äh... Äh... Kishi, Pfeile! Pfeile wo? Tisch! Oh! Ich hab ein Swiss-Gewehr! Nice! Hab ein... Das ist auch neu, oder? Ist nicht neu, aber ist ganz geil! Übrigens, das Katana hittet auf Kopf auch One-Hit, wenn du... Also One-Hit, wenn du nur einen Schlag machst! Normal! Äh... Wenn du... Dann musst du aber erst mal mindestens einmal geskillt haben in Warrior! Ja, hab ich! Das ist nice! Was ist da hinten eigentlich? Ach, da ist der Hafen! Wir waren gar nicht am Hafen! Egal! Wir werden auch nicht mehr viele gewesen sein! Nur mal schnell einen Keks essen! Hinten steht ein Zombie rum! Wo? Da! Richtung Hafen! Ich seh ihn nicht! Äh... Andere Richtung! Noch ein bisschen weiter links! Ich seh ihn nicht! Da ist noch immer einer! Wo? Genau das... Genau diese Richtung! Da kommt sogar her! Seh ich nicht! Wieso gibt's hier keine guten Sachen? Ja! First life is life! Na 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 na! Na 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 na! Mio! Ich hoffe ja die Bauern noch ein, dass wir den Kofferraum von einem Auto nutzen können! Ja das wär echt cool! Ja das wär echt cool! Einen Tee! Es ist eine Person und er ist 16! Ernsthaft? Was? Ja! Good job! Du bist der beste Mensch der Welt momentan! Auf jeden Fall! Herzlichen Glückwunsch! Dich unterstütze ich! Du kriegst nen Gold Upgrade! Nein ich krieg nen Gold Upgrade! Ich hab noch 9% Tank! Ich hab noch 77! Ich geh nochmal zum Military! Bin erstmal drauf gefahren! ... Schwift Magazine! Geil! Lass mal Kirschchen den Führerschein wegnehmen! Was? Lass mal Kirschchen den Führerschein wegnehmen! Lass mal dir den Führerschein wegnehmen! Du hast auf den Straßen sowieso nichts zu suchen! Wieso? Du fährst immer besoffen! Das geht nicht so! Ja! Genau! Immer! Immer! So wie ich gestern Abend! Kirschi sind viel öfter besoffen gefahren! Ja! So wie ich! gestern abend in der alkoholkontrolle. ja. oh jesus, plötzlich fallen schüsse. das komische ist man muss bei schüssen so lange man nicht auf dem pvp-dingens gar keine angst haben, weil die zombies können eh nicht schießen und hier ist nichts anderes was schießen könnte. alter! hör auf! was denn? mein zombie! durch so du die häuser. auch mal ein bisschen schießen. ach sie, ich brauche skill. ich brauche auch skill. ich bin gestorben. you remember? ja, aber ich brauche nur noch ein paar. ich brauche noch elf. ich brauche alle. ja, sowieso allein schon, aber ich brauche halt noch elf. ich habe gerade meine scheiß, ich habe gerade in den schwarzen scheiß gegriffen hier. und wie schmeckt es? mh, ein bisschen lecker. kopfkino eskaliert gerade. was? wo bist du? ähm, straße weiter runter. ah ne, hier ist ein auto, hier ist ein auto. okay. oh! ich habe keine munition mehr. das ist jetzt doof. ich habe gerade meine beine gebrochen. oh! haben wir eine schiene. brauche ich aber nicht. hauptsache hier stehen zwei autos mit 19 und 16 prozent tank. nein. die haben jetzt ein bisschen aufgeteilt, was in der stadt stand. ich nehme einen lieferwagen mit. okay. im pinken. wie schaffst du euch in der stadt im militärlager überbeerig verteilt? nein. ich habe nur ein paar gedroppt. okay, ich komme mit. hast du jetzt das auto mit vollem tank? ja, ne? ja. gut. und da ist der paar zu ende. ich hoffe es hat euch gefallen. wie gesagt, wir spielen so ein bisschen weiter. wenn was lustiges passiert, nehme ich es auf. wenn nicht, dann nicht. hau da rein. tschüss. hau rein, tschüss.